Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann Ups, grab the top of the cap Ähm... Meint ihr das? Oh, nein, komm runter Hä? Okay, das funktioniert anscheinend nicht so Dad, grab the wiggly kelp, grab it I do it! Shut up! Yes! Woo! Was auch immer man dabei lernen soll Power the sun wheel Ähm... Hello? Houston, we have a problem here Oh, oder auch nicht Sonnenrad, power the sun wheel Ich... Ich... Muss die... Sonne... Wie denn? Ach so... Laufrad, wie im Käfig, okay Dad, wenn das der echte Sonne sei, dann wärst du tot Shut up! Ähm... Moment... Welches Bein ist das? Ah... Okay, okay... Komm, rüber, rüber! Das ist J-Fast! Get that moving! Yes! I'm so good! Oh, mein Gott, das Sonne ist... Woo! Jackpot! Nix Cheater, was heißt hier Cheater? Ich hab nur... Alternativ gedacht Woo! Okay, müssen wir das jetzt mit jedem... Woooow! You'll thank you later W-what? Thank you! Woooow! Ich bin auch mit drin, okay Oh, okay Sind wir bald fertig, Sohn? Das dauert ja ewig hier Hallo, Officer Just passing through Okay, was gibt's hier, mein Sohn? Können wir jetzt gehen? Das ist doch mein Sohn, oder? Das ist ja gar nicht, ups! Wo ist mein Sohn? Enjoy the urchin pool! Responsibly! W-w-was für'n Pool? Entschuldigung, könntest du bitte von meinem... Get off my feet, man! Please! Oh my goodness! Ah, dankeschön! Lalalala Ha! Verarscht! Ich gehe in die andere Richtung! Vielleicht gehe ich aber auch in die Richtung! Oder auch in die zurück! Ha! Nein, okay, wir kommen da nicht durch! Alles klar! Okay, okay, okay Wow! Wo kam das denn auf einmal her? Grab the otter! Okay! Hallo? Hallo? He he! Incoming urchin! Oh! Ah! Jetzt checke ich das! Wow! Das ist ja wie Fußball! Los! Mach einen auf Torwart hier! Oh shit! Oh! Ich glaube, wir gewinnen hier heute keine Preise! Oh Gott, dieser Sohn ist anstrengend! Jetzt lässt er mich durch! Alles klar! Okay! No! No way! No! 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 Oh! Shut up! Wer schießt damit Pollen auf mich? Oh Gott! No! No! Hallo! No! No! Hebt das Bein hoch! Das ist das andere Bein, oder? Ja, wir brauchen dieses Bein. Oh, was ist denn das für Müll hier? Wieso habe ich das Gefühl, ich bin hier falsch? Weil ich hier falsch bin, oder? Wir müssen da, dann. Just what? Wow! Ah, ich kann noch hier hochgehen, oder? Nein, ich kann da nicht hochgehen. Alles klar, ich muss diesen Scheiß mitmachen. Okay. Ist das die Stelle, wo ich jetzt im Spiel nicht weiterkommen werde? Jetzt geht der Spaß los. Alles klar. Okay, das Bein hoch. Andere Richtung. Hört doch auf, mit diesen Bällen zu schmeißen, bitte. Nein. Jesus. Ah, ist okay. Oh, oh. Wir brauchen hin. Ja, ja, das kriegen wir hin. Easy. Wow, was ist das denn? Was? Just reverse ski, Dad. What? Reverse what? I have... No, 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 no. Wow, shit. No, nicht runterfallen. Oh mein Gott, es flabbert. Ähm, könnten wir den einen Fuß... Ein Fuß, den hier. Psst, halt ihn ruhig, halt... Ähm, no, 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 hold on, no. Wer hat denn diese blöden Ventilatoren dann gemacht? Okay. Betrachten wir uns das... Ich würde ja gerne mal nach oben gucken, aber es geht leider nicht. Das ist Rage-Modus schlecht für mir. Okay, wir machen das jetzt ganz zackig hier. Zack, 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 zack. Wir lassen diesen Ding gar keine Zeit, uns zu ärgern. Und... Vorsicht, noch ein bisschen... Nein! Nein, jetzt! Bein hoch! Nimm dein Bein hoch, bitte. Bein hoch! Ah, höher! Was ist denn los? Wieso krieg ich das Bein nicht hoch? Warte, das kriegen wir schon... Oh no. Oh no. Oh, mach nen Knoten rein. Ah, nicht in das! Das andere war... Nein! Oh, jetzt aber! Ich krieg's nicht hin. Ähm... Ich hätte im Tutorial besser aufpassen sollen. Aber im Tutorial kam sowas ja nicht. Oh shit. Ähm... Ich glaube, ich nenne das Spiel als Rage Octodate. Wow, jetzt aber! Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Das war das falsche Bein. Ach Gott. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Auch nicht. Jetzt nimm noch irgendein Bein hoch. Ja! Welches ist es? Das linke oder das rechte? Okay. Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Okay, entspann dich. Entspann dich, entspann dich! Leg dich tot! Entspann dich! Entspann dich! Er will sich nicht entspannen. Wow! Jetzt aber! Okay. Entspannen wir uns so. Ich muss was trinken. Das wird mir zu anstrengend hier. Niemand hat mir gesagt, dass das Spiel so schwer ist. Ja, ich kann diese Position sehr lange halten. Okay. Ist das falsch Bein? Nein, nicht das. Das andere. Ja! Progress! Okay. Woo! Okay. Okay. Psst! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nimm den Fuß da! Oh Gott! Nimm den Fuß da raus! Komm zurück! Nein! Psst! Nicht bewegen! Psst! Position halten! Wir müssen nochmal drüber nachdenken. Ich will das nicht lustig. Okay. Ganz entspannt jetzt. Der eine. Nein! Nein, da auch nicht. Nein! Guck mal, wir machen das ganz locker. Du kriegst das hin. Ich weiß immer noch nicht, wie man das blöde Bein kriegt. Das ist lächerlich. Ja, ja. Wiggle, wiggle. Ja, ja! Noch einen Zentimeter. Okay, das klappt so nicht. Wow, jetzt aber. Nein, jetzt auch nicht. Jetzt! Nein, nein, nein! Okay, falsche. Nein, 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 nein! No! Ähm. Ähm. Alright. Okay. Nein, das war das falsche Bein. Oh Gott, nimm doch das andere Bein hoch. Junger Mann, das andere Bein. Entspann dich mit dem Bein. Entspann dich. Moment, wo ist das Bein? Das ist das vordere? Ich krieg's nicht gebacken. Ah, da haben wir's. Okay, ich wusste, ich hab's irgendwo liegen lassen. Halb so schlimm, nichts passiert. Nichts passiert. Nein, 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 nein. Lass uns das Bein da hoch. Lass uns das Bein. Ja. 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 Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja. Nein. Nein. Au. Wer wirft denn da immer? Gott. Ja. Aha. Aha. Progress. So läuft das hier. Oh, nein, 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 nein. Falsche Richtung. Oh, jetzt. Jetzt. Okay. Pause. Speichern. Uh. Man kann nicht speichern, oder? Nein, man kann natürlich nicht speichern. Okay. Konzentration. Nein, nein. Falsches Bein, falsches Bein. Entspannlich. Um den Arm hoch. Okay. Und jetzt lasse ich ganz einfach runterfallen. Ja, oder? Wo müssen wir jetzt hin? Durch dieses Loch? Das ist ein Scherz. Oh, oh, guck mal hier, wie ich das gemacht habe. Wahnsinn, da habt ihr nicht mit gerechnet. Ha, ha. Woo. Ich habe euch nur verarscht. Ich bin in Wirklichkeit Profi im Spiel. Oh Gott. Wieso sehe ich meinen Spieler nicht? Ach so. Ähm. Pause? Hallo. Oh. Oh, man wartet. Aha. Er ist live. Oh, oh. Oh. Danke, dass du die Welt der Kelp besitzt hast. Bitte beteiligt, dass du einen Scheiß auf dem Weg auskommst. Ich werde dir einen Scheiß donaten. Das war großartig, Dad. Ja. Oh, du hast aus Versehen was gelernt. Das ist doch wunderbar. Ich wusste das nicht über die Kelp. Ich bin mir sicher, die anderen beiden haben auch noch mehr auf Lager. Ähm. Ich will nur meine Kinder zurück. Home. Um zu denken, all diese Jahre, wie ich diese Erde walken konnte, wusste ich nie die Wunderschöne, die allgemein mich. Maschinen, die Kandysbarn verbreiten. Was ist denn? Hey, wir müssen eine Konversation haben. Oh, nein. Ich kann sehen, wo diese Konversation geht. Lieber, wir sollten wirklich sprechen. Ich wundere, was unsere Leben sein wird, wenn unsere Kinder umgehen und weggehen. Vielleicht haben wir endlich Zeit, um zu reisen. Ich glaube, das Aquarium war eher... Ich habe keine Ahnung. Nein, 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 nicht loslassen, weiterpumpen, komm schon. Preise gewinnen. Nein, lass los, äh, festmachen. Preis Nummer Uno. Muss ich hier denn jetzt auch echt in die Hand drücken und so? Oh, oh, nein, 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 nein. Ich glaube nicht, dass Turtles wirklich das tun können. Peace. Willkommen. Enjoy your present. Hallo. Ha. Okay. Moment, was müssen wir denn machen hier? Ähm. Ähm. Aha, aha. Ähm. Hä? Ach so. Wie? Zeit vorbei? Okay, das kriege ich irgendwie... Hey. 20 Früchte in 30 Sekunden. Okay, das ist... Steuerung ist etwas komisch. Hä? Ich habe ihn noch erwischt. Warum? Wie komme ich denn jetzt runter? Ah, ich muss mit beiden Control Sticks arbeiten. Okay, das Spiel ist mir zu blöd. Ich nehme mal ein anderes Spiel. Das ist wesentlich einfacher hier bestimmt. Stacey wäre so glücklich, wenn sie dich sehen könnte. Du weißt, sie denkt, dass du oft liebst. Kann ich nicht den Fuß? Das wird doch keiner bemerken, oder? Hey, dieser Mann ist verurteilt. Was? Kein Weg, Bro. Ich bin nicht verurteilt. Was? Komma jetzt. Die St~~dität des Spiels ist kompromisiert. Was bist du heute? Ich habe keine Ahnung... ...ich habe nichts kompromisiert. Diese Game sind für Kinder! Ja, ähm... Shut up... Wie viel muss ich denn davon kriegen? Yes! Das Spiel hier ist voll einfach. Man muss nur etwas alternativ denken manchmal. Nein, ich wollte eigentlich nur den Preis haben. Würdest du den Preis greifen? Danke. Das klingt wirklich sehr gut. Wieso wirft sie das Geschenk schon wieder weg? Nulles! Es gab die Zeit, als du den Sink und die Begründung kam auf. Aber du fährst nicht ins Krankenhaus, aber du wirst doch irgendwie, dein Arm sieht wie gut als neu. Okay, was macht mir ihr mit? Naja, ich verstehe das Spiel nicht. Achso, ziehen und loslassen, oder? Ähm, ich verstehe es nicht. Nimm doch mal einer den Fisch da weg, das ist ja schlimm hier, weg damit! Ähm... Wie kriege ich denn da Zug drauf? Irgendwie mache ich was falsch. Okay, versuchen wir was anderes. Knock down all targets. Okay. Ähm... Bisschen tiefer. Okay, das war nicht so gut. Ich bin noch immer so gut in Yamakenspielen gewesen. Aber da haben wir nicht mit Fischen geworfen. Vielleicht ein bisschen nach links rüber. Fisch hoch! Raise your Fisch! Euer Sushi! Was? Der war doch todkahl getroffen! Komm schon! Yes! Ach, ziehen und dabei weglaufen. Ich versuch's gleich noch. Müssen wir wahrscheinlich sowieso. Was? Der war doch drin! Oh, okay. Ich weiß nicht. Was? Oh Gott! Fische werfen ist echt nicht meine Disziplin. Ich verliere die Geduld! Nein! Okay, okay. Nicht aufgeben, du! Nicht aufgeben! Komm her! Yes! Okay, das war eigentlich deutlich zu powerful. Immer noch? Tiefer? Soll ich ein bisschen tiefer ansetzen? Oh. Nein, nimm dir noch einen Fisch. Nimm dir ruhig noch einen Fisch. Ah, wir kommen näher ran an die Sache. Okay. Ein Stück tiefer noch. Das war zu wenig. Oh! Der hat doch gewackelt. Okay, der war zu tief. Kann sich nur um 3000 Stunden noch annehmen. Das Spiel ist echt zum Speedrun geeignet. Yes! Okay. Nächsten Preis abholen. Sind das genau sieben Spiele? Das heißt, ich muss jedes Spiel gewinnen, oder sind da ein bisschen mehr Spiele? Das heißt, dass ein paar Spiele failen können. Ich hoffe. Okay, du meintest ziehen und weglaufen, ja? Es leckt. Ah! Alles klar! Jetzt weiß ich wieder zu kaufen. Das war ein guter Tipp. Okay. Ziehen! Pull! Komm schon! Ähm. Ja. Einen brauchen wir noch. Los! Ziehen! Ziehen! Na, das war schlecht. Also, ich bin auf jeden Fall... Irgendwie geht's jetzt besser. Aber... Ziehen! Oh! Wir haben gewonnen! Woo! Das ist aber Zufall. Das sind mehr Spiele? Okay. Dann mach ich mal so, dass ich hauptsache jetzt irgendwie die sieben einfachsten rauskriege. Wir probieren natürlich alle Spiele aus. Ähm. Was haben wir hier? Kaylin Jawclaw. Ah, das ist doch dieses... Ja, 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 genau, genau, genau. Nimm den Steuerknopf! Das Sprengame ist Brick. Ähm. Ich sehe es aber nicht richtig, ehrlich gesagt. Stopp! Ähm. Yes! Perfekt. Die Preise sind aber alle gleich, oder? Hä? Ey. Wieso gibt er mir den... Warte mal. Da hinter diesem einen Viech, da ist doch irgendwas, oder? Ich bin doch nicht blöde. Da ist doch was. Hol ihn dir! Hä? Willst du mich vereiern? Das sind diese... Ja-Mark-Betrüger-Dinger. Die gehen nur so ein paar Sekunden und dann ist es vorbei. Schneller! Drück den Knopf! Hä? Seriously? Kann ich da nicht hingreifen? Oh doch, kann ich. Ist das ein Preis? Ja, ne? Das gilt als Preis. Lassen wir als Preis durchgehen. Yes! Zwei Preise noch. Zwei Preise noch. Zwei Preise noch. Oh, das ist einfach. Das Spiel mag ich. Oh Gott, ich leck das. Okay. Äh. Ich bin... Ready? Äh. Äh. Okay. Ähm. Noch ein! Wuh! Oh Gott. Da hatte ich aber echt ordentlich Zeit gehabt. Oh-oh. Der vorletzte Preis. Mehr Preise! Oder wie er es sagen würde. Zeit! Ich frage mich, wie sie das alles mit nach Hause nehmen will. Oh! Blablablabla den ganzen Tag. Okay. Was haben wir hier? Air Hockey. Ähm. Oh, nein, 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 nein. Nicht unter den Tisch. Hi, ist klar. Egal. Gute Nacht, ne? Während ich versuche... Hab ich mich jetzt hier verknotet? Äh. Ja, ich hab mich hier verknotet. Aber das macht nichts. Das ist geplant. Ähm. Okay, okay. Wir haben alles rausgekriegt. Wunderbar. So. Stellen wir uns hier hin. Spielen eine Runde Air Hockey. Okay. Ähm. So. Du denkst, du kannst den alten Air Hockey zu sein, oder? Aha. Oh-oh. 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 Blocken, blocken, blocken. Nein! Oh! Ha! Das ist... No! Oh-oh. Es gibt's nicht, oder? Da muss ich jetzt wieder den Knopf drücken. Okay. Wow! Damit hat er nicht gerechnet. Blocken! No! Bo-bo-bo-bo. Ha! Ha! Easy! Go train more! Pussy! Gebt er den Preis! Preis? Der Preis will da nicht raus, anscheinend. Oh, das ist noch so ein interessantes Spiel. Das müssen wir auch gleich noch machen. Halt! Da, bitteschön. Ach, nein. Der Tank hat eine Leak. Ich wollte das andere Spiel noch probieren. Why don't you try to fix that instead? Plug the Leaking? No. Wir wollen jetzt noch was spielen. Warte, Moment. Ich will mir das wenigstens einmal angucken, okay? Trip. W-w-w-was? Was stand da? Trip. Wartet. Ach so, ich muss die Kugel da reinfallen lassen. Ähm. Hä? Okay, das hat nicht so wirklich funktioniert. Oh, komm ich da nicht ran! Aha! Oh, nein. Ja. Okay, lassen wir das. Tu mir dieses, äh, Loch im Tank stopfen. Loch im Tank stopfen. Wie komm ich da hin? Ich hab mich wieder verknotet. Schatz! Oh. Sorry. Wie kommt man da jetzt hin? Ah! Okay, alles klar. Stopf das Loch im Tank. Wie stopfe ich das? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Hör mal hier mit meiner Hand. Ups. Hier,使 skud es. Ähm. Honey, be careful! Don't drown. Ruf jemand die Polizei! Shit. Oh Gott, ich meine, hebt die Hand. Hurry up and plache ein Hole! Die gefährlichen Fische sind gefährlich! Bist du ausgaben?